You can't defend the sea skies and golden light You can't defend the sea skies and golden light Und hallo Leute, wie ihr sicher wisst, ist ja schon lange GTA 5 Trailer draußen Und ja, das ist die Frage Da steht Winewood, das könnt ihr gerade mal sehen Und ihr kennt bestimmt GTA San Andreas Ich frage mich, ob das GTA 2 ist In GTA San Andreas, GTA San Andreas 2 Aber das ist cool, dass es jetzt ein San Andreas spielt Ob es die drei Karten wieder gibt, das ist eine andere Sache Und dann macht ihr einen Trailer Ihr kennt sicher die zwei Häuser da vorne Einmal hier, also die drei Hochhäuser Der Star Tower, sehr berühmt für Basejumps Dann ist auch ein Zeppelin Und ja, wenn man dieser Straße folgt, ist auch wieder der BSN Das kann man jetzt nicht so gut erkennen Und machen wir mal weiter Ja Leute, das war's auch wieder Das Video wird auch auf meinem Blog erscheinen Dazu mehr später Und ja, bis dann